Wie bei meinem letzten Reddit-Video hier eine Art Disclaimer. Wenn ich zu einem Thema sage, ihr könnt gerne danach googeln, könnt ihr das auch wirklich machen, da könnt ihr mir wirklich vertrauen. Aber wenn ich zu einem Thema nichts sage, dann lasst lieber die Finger davon und googelt wirklich nicht danach. Es sei denn, ihr merkt, es ist wirklich etwas harmloseres, dann ist das ja so eine Sache für sich. Aber gerade die Sachen, die unter anderem in diesem Video sind, wenn ich nichts dazu sage, googelt wirklich nicht danach. Ihr geratet in wirklich gewisse Ecken und Abteilen von Reddit oder dem Internet, wo ihr nicht hin wollt. Wo ihr auch andere Sachen seht, die nicht schön sind. Ich kann euch nur davon abraten, das wirklich nicht zu tun. Wenn ihr das tut, dann auf eigene Gefahr. Aber ich kann euch das wirklich nur abraten. Es hat einen Grund, warum ich wirklich sehr viel zensieren muss und rauslassen muss. Das wollte ich nur mal vorab gesagt haben. Und es freut mich auf jeden Fall, dass mein letztes Reddit-Video so gut angekommen ist. Vielen Dank. Falls euch dieses Video auch so gut gefällt, lasst auch gerne wieder so einen Supporter mit Dormen hoch. Einen Sub, wenn euch mein Content gefällt. Und Kommentare für Vorschläge oder sonst irgendetwas. Und noch eine Kleinigkeit. Eigentlich wäre das Video noch 20 oder 30 Minuten länger gewesen. Denn nur musste ich wirklich einige Themen rausnehmen aus dem Video. Denn die hätte ich nicht auf YouTube bringen können. Ich hätte nicht nur alles umformulieren müssen. Ich hätte gefühlt den ganzen Kontext ändern müssen. Das heißt, eigentlich wären hier noch wirklich viele Themen drauf gewesen. Nur ich musste einige wirklich runternehmen. Weil ich hätte sonst wirklich Probleme mit YouTube bekommen. Ich glaube, dafür hat man Verständnis. Aber man muss die Richtlinien von YouTube eben akzeptieren. Und es hat auch einen Grund, warum die da sind. Daher, sorry, aber das ist auch besser, so würde ich sagen. Und damit viel Spaß mit dem zweiten und somit auch letzten Part des Eisbergs. Eine 22-jährige Frau hat in einem schon gelöschten Reddit-Post geschrieben, dass sie einen 24-jährigen Freund hat, mit dem sie auch schon ca. seit 4 Jahren zusammen ist. Und dieser benahm sich auf einmal ziemlich komisch oder anders. Er fing unter anderem an, Früchte in den Boden im Garten hineinzupacken. Oder zu pflanzen, wie auch immer. Und da er sowas normalerweise nie getan hat, hat sie sich zwar gedacht, hey, es war ein wenig seltsam, aber nichts, wo man jetzt irgendwas Schlimmes von denken würde. Nur plötzlich wurde er auch viel netter zu seiner Freundin und machte ihr auf einmal Essen sogar recht viel. Und da er normalerweise nicht wirklich kocht, war es auch komisch gewesen. Und nachdem er ihr Essen machte, hat sie sich sehr oft komisch oder schlecht gefühlt. Und es ging ihr einfach gar nicht gut. Kurze Zeit später war sie bei der Arbeit und es kam ein Freund ihres Partners hinein. Und meinte, er müsste dringend mit ihr reden. Und erzählte ihr, dass ihr Freund Nacktschnecken in ihr Essen mischen würde. Denn er hat sogar Fotos von ihm gesendet bekommen, die er ihr sogar zeigte. Und sie fragte sich, warum er sowas Weirdes, untertrieben, aber absolut Fragwürdiges machen sollte. Sie hat ihn daraufhin auch angesprochen, was das solle. Und seine Ausrede war im Prinzip, dass sie ja keinen Spaß verstehen würde. Ja. Sie liebt ihn zwar extrem, aber weiß nicht, was sie machen soll. Und sie fragt sich sogar selbst, ob sie vielleicht überreagiert. Und da habe ich eine Antwort drauf. Tut sie natürlich nicht. Sie gab dann auch noch ein Update zu der ganzen Situation, eine Weile später. Sie war unter anderem im Krankenhaus gewesen, wegen dieser, ich sag mal, Nacktschneckenvergiftung. Sie hat die Polizei kontaktiert und ist auch nicht mehr mit den Typen zusammen. Der Kerl gab dann auch noch zu, dass, und jetzt geht's los, dass er anfing, nach kurzer Zeit, nachdem sie zusammenlebten, Tests an ihr durchzuführen. Er fing an, auf ihr Toast zu spucken. Das war so die erste Phase, sag ich mal. Und dann fing er an, von Kapseln, die sie nehmen musste, das Innenleben auszutauschen und durch Salz zu ersetzen. Und das Ding hier war gewesen, er hat ihre Medikamente verwahrt. Da sie einige Selbstversuche hatte, war er eben dafür zuständig, die Medikamente zu verwahren. Und er meinte, er fand es lustig, das an ihr auszuprobieren. Er hat noch viele andere Sachen gemacht, aber eine davon werde ich nochmal erwähnen. Sie hatte eine große afrikanische Schnecke als Haustier, die sind circa so groß wie in der Hand. Und diese hat er einfach ins Curry gemischt und ihr als Essen gegeben. Er hat im Prinzip einfach ihr Haustier an sie verfüttert. Immerhin geht es der Frau mittlerweile gut, aber das ist wirklich krank. Ein mittlerweile Archivierter Reddipos von einem 26-jährigen Typen schreibt etwas anderes, nenne ich es mal, über seine Freundin, die 21 ist. Denn diese steht wohl auf Roleplay, was erstmal nichts Besonderes oder Schlimmes ist. Sie findet es ganz nice, ihn Daddys zu nennen. Er hat sich dabei nie was Großes gedacht, weil das ja auch erstmal nichts Untypisches oder Schlimmes ist. Nicht lange danach, nachdem sie diese Roleplay-Sachen hatten, kam ihr Vater mal vorbei und blieb für ein paar Tage. Und vielleicht können sich schon ein paar denken, wohin das führt, diese Story. An sich scheint der Vater, wie der Kerl meinte, ein cooler Typ zu sein. Und normalerweise kracht es jede Nacht bei dem Kerl und seiner Freundin im Bett, nur nicht, wenn der Vater dort ist. Und an dem Tag, wo der Vater dort übernachtete, meinte sie es zu dem Freund. Sie geht mal rüber, um noch ein wenig mit ihm zu reden. Und er dachte sich nichts dabei. Er ging nach 20 Minuten aufs Klo und sie waren auch bei ihrem Vater gewesen. Er konnte nur ein leichtes Murmeln hören und dachte sich nichts bei, ging schlafen. Und als er kurz aufwachte nach ein paar Stunden, lag sie auch wieder neben ihm. Die nächste Nacht kam und es wurde um einiges seltsamer. Sie gehen beide zusammen ins Bett und es sah danach aus, als dass sie darauf warten würde, bis er einschläft, um zu ihrem Vater gehen zu können. Er tat so, als würde er schlafen und auf einmal stand sie auf und ging in das Zimmer ihres Vaters. 20 Minuten später war sie immer noch weg gewesen und da sie nicht auf dem Klo zu finden war, wo er nachschaute, dachte er, sie haben wieder ein Gespräch miteinander. Er ging zu der Tür von dem Vater und er hörte kein Reden. Aber es war nicht leise. Er hörte die Matratze und gewisse Geräusche aus dem Zimmer von seiner Freundin. Er kam sich offensichtlich vor wie in einem falschen Film. Er wollte die Tür öffnen, aber traute er sich nicht wirklich, weil er Angst vor dem Anblick hatte. Über eine Stunde später kam sie wieder ins Bett und ging einfach pennen. Sie wachten am nächsten Morgen normal auf und der Vater ist nur noch diesen kompletten Tag da, plus die ganze Nacht. Und der Kerl, der diesen Post schrieb, konnte nicht mehr in ihrer Nähe sein von den beiden und meinte, er sücht für den Tag ab und sie kann den Tag mit ihrem Vater verbringen. Und ein weiteres Update gibt es leider nicht. Nur viele offene Fragen, ob es wirklich ihr Vater ist, wenn da was läuft, ob er sich getrennt hat oder ob da wirklich so 100% was lief oder er nicht entweder was geträumt hat oder wirklich sich zu viel darauf eingebildet hat. Leider zu viele offene Fragen und man hatte einfach keinerlei Antwort drauf. Vor elf Jahren gab es einen Post von Pictures123, der auf einer öffentlichen Toilette eine Filmrolle in dem Kostum gefunden hat. Und da es in einer eher schlimmeren Gegend von der Stadt war, wo er dieses Filmband gefunden hat, weiß er nicht, was er machen soll und leider gab es nie wieder ein Update. Heißt, ich habe leider keinen Plan, was da drauf war oder sonst auch nur irgendetwas. Bevor der Kerl die Story anfing, schrieb er noch, dass die Reaktion von Leuten, die er diese Story erzählt, immer war, das ist das krasseste, was ich jemals gehört habe. Und die Story trug sich im Sommer 2008 zu und einer seiner Lieblingshobbys war Hiking, also Wandern. Und das vor allem in der Gegend, wo es eher gefährlicher ist, weil er diesen Kick braucht. Er hat es also von der mexikanischen Grenze bis nach Nordkalifornien geschafft und sah unter anderem Klapperschlangen und Bären, aber ihm ist an sich nichts passiert. Er befand sich nun im Nordosten von Kalifornien und er sah zwei Personen, die auf Steinen saßen, die fast in komplett weiß gekleidet waren. Und die sahen aus wie die Personen, die Elisabeth Smart entführten. Diese wurde 2004 entführt, aber konnte nach neun Monaten wieder ausfindig gemacht werden. Und was den Kerl verwunderte war, überhaupt irgendjemanden dort zu sehen. Denn er bewegte sich in dieser Gegend, diesem Wald, mehrere Tage ohne auch nur irgendjemanden zu sehen. Das fand er relativ seltsam. Er sagte aber Hallo zu den beiden, nur schauten die ihn nur komisch an und sagten gar nichts. Es wurde später und dunkel und er kämmte mehrere Meter entfernt vom Wanderweg. Und als Vorsichtsmaßnahme, sage ich mal, hatte er das Essen vom Vortag an einem Baum gehangen, weil er Bären und so weiter begegnete und hoffte, dass sie dann eben da rangehen, anstatt ihm zu nahe zu kommen. Und am nächsten Morgen war das auch weg gewesen, das Essen. Er dachte, das war bestimmt ein Bär gewesen. Nur gab es keine Bären-Tatzenspuren auf dem Boden oder sonst was, wie das normalerweise der Fall gewesen wäre, aber Fußabdrücke von Menschen. Und es waren zwei verschiedene Fußabdrücke. Und dann kam ihm in den Kopf, dass es ja das Paar gewesen sein kann, was er sah. Er nahm seine Sachen und züchte ab. Er dachte sich nur, die waren bestimmt hungrig, denn die sahen auch genauso aus, als ob sie hungrig wären. Und wenn es um mehr gegangen wäre, als nur das Essen, hätten sie ihm bestimmt was angetan. Ein paar Tage später hat er sein Lager mit Stöckern, ich sag mal, umzingelt, so dass man hört, falls da ein Tier oder Mensch langläuft, dass es knackt. Und in der Nacht hörte er auch, dass die Stöcker knacken. Und er hörte flüstern. Er wusste nicht genau, woher diese Stimmen kommen. Er schrie dann, dass er eine Waffe hätte, die er gar nicht hatte. Er hörte Fußschritte und auf einmal war nichts mehr da gewesen. Und was auch immer da war, war von 0 auf 100 weg gewesen. Das Einzige, was er weiß, es waren dieselben Fußabdrücke auf dem Boden, wie davor mit dem Essen gewesen. Er war noch ein paar Tage im Chester National Forest, etwas weiter entfernt von seiner vorherigen Station, sag ich mal, wo er die komischen Vorkommnisse hatte. Er machte eine Pause und sah extrem weit hinten hinter sich zwei weiße Punkte, die sich bewegten. Also wird er wahrscheinlich von den beiden verfolgt. Er packte seine Karte aus und wollte nur noch seinen Trip abbrechen und in die Stadt kommen. Nur war der nächstgelegene Punkt, wo er aus dem Wald rauskam, 25 Meilen entfernt, für uns umgewandelt, über 40.000 Kilometer. Also musste er noch eine Nacht campen und jedes kleinste Geräusch hielt ihn wach und er konnte einfach nicht pennen. Und wieder hörte er auf einmal Fußschritte, Flüstern und alle möglichen komischen Geräusche. Und auch eine Taschenlampe schien in seine Richtung. Und dann, wie er es beschrieb, gab es so eine Klischee-Filmszene, sag ich mal. Er ist mit Schwung aus seinem Zelt gesprungen und schrie die verschiedensten Sachen mit seinem Messer in der Hand, damit die da eben abhauen würden. Nur auf einmal hörte er Fußschritte, die auf sein Zelt zulaufen. Er drehte einfach nur um und rannte weg tief in den Wald. Und außer Distanz konnte er sogar nach mehreren Minuten rennen, trotzdem eine Taschenlampe sehen, als ob sie nach ihm suchen würden. Er lag für Stunden unter einem Baum und langsam wurde es auch hell und er schaffte es dann auch in die Stadt. Ging zur Polizei und seine Eltern holten ihn ab. Die Polizei meinte nur, es gab mehrere Fälle, dass irgendwelche Sachen entwendet wurden von Campern in den Bereichen, wo er auch war, aber nichts Terrorisierendes wie bei ihm. Und mehr fand man auch nicht heraus. Eine Person fühlt sich nicht danach, dass es ein Thema wäre, was sie mit ihrer Familie oder Freunden teilen könnte. Daher teilte sie ihre Geschichte mit Reddit. Sie lebte in einem Apartmentkomplex vor vier Jahren, da war sie 16 Jahre alt gewesen. Und eines Tages war sie mit ihrem Hund draußen gewesen. Es war rund 10 Uhr abends, also dunkel. und sie kam an einem Punkt, wo der Weg von ihrem Komplex abbiegt und da stand ein Mann. Sie schätzt Mitte 30 und er tat einfach gar nichts. Er stand einfach nur da, sie wurde nervös und nahm eine Art Abkürzung nach Hause. Und das Ding ist, ab dem Moment, wo sie den Weg verließ, den Fußweg, und eine Abkürzung nach Hause nahm, kann sie sich an nichts mehr erinnern, was passierte. Sie wusste nur noch, dass sie sich in dem Hausstuhl befand von ihrem Komplex und das war's. Und dann, über drei Jahre später, da war sie 19 gewesen und im siebten Monat schwanger und sie und ihr Freund ziehten zusammen in eine neue Bude. Nur, wie der Schicksal es wollte, in demselben Komplex, wo sie mit 16 wohnte. Und das Ding war, es war halt billig gewesen, recht gemütlich und nah am Job des Mannes gewesen. Also war es an sich kein schlechter Deal gewesen. Sie ging eines Tages raus und brachte den Müll einfach nur ganz normal raus und nachdem sie die Mülltonne schloss, hat sie jemanden reden hören. Und es war dieselbe Person wie damals, dieser Mitte 30-jährige Mann. Und er hatte auch dasselbe an wie damals. Nur telefonierte er diesmal. Aber während er telefonierte und mit der Person am Telefon nicht gerade, ich sag mal, kinderfreundlich redete, sagen wir es so, schaute er sie die ganze Zeit an während dem Telefonat. Sie wollte sich etwas distanzieren oder entfernen und ging ein wenig nach hinten. Und er ging genau auf sie zu und fing an, sein Handy auseinanderzunehmen und er nimmt dem Handy auf einmal die Antenne und sowas. Also ganz komische Sache. Und schaut sie trotzdem die ganze Zeit an. Sie ging schnell zurück in die Bude und kann sich an nichts, was danach passierte, erinnern. Genau wie damals. Das nächste, was sie nur wusste, war, dass sie in ihrem Bett war. An sich nichts Besonderes. Und auf einmal ging es ihr nicht gut und sie bekam Fieber. Ab ins Krankenhaus mit ihrem Freund. Da sie schwanger ist, wollte man eben sich durchhecken lassen, ob alles klar geht. Sie wurde wieder nach Hause geschickt und es wurde ihr nur gesagt, sie sollte sich ausruhen und zu Hause bleiben. Sie fuhren zurück und sie kommen am Komplex an und sie sah das Handy auf dem Boden, was von dem Typen war, was er auseinandergenommen hat. Sie fing dann an, Teile des Handys zusammenzusammeln, zumindest die Teile, die noch nicht komplett kaputt waren. Warum? Weiß ich nicht. Sie meinte nur noch, dass es wohl ein Nokia 6085 gewesen sein soll und das war im November 2012 gewesen. Und der Tag, an dem sie diesen Post schrieb, war Montag, der 9. September 2013. Und sie hat den Mann, seitdem nicht mehr gesehen, bis zu diesem Morgen, an dem sie diesen Post schrieb. Ihr Freund geht recht früh zur Arbeit aus dem Haus, da schläft sie meistens noch und um rund 8 Uhr morgens circa klopfte es an der Tür. Sie ist schnell etwas rübergezogen, um die Tür aufzumachen und ihr Hund knurrte die ganze Zeit die Tür an, was er normalerweise nie machte. Der Hund bellt hier und da mal ab und zu, was ganz normal ist, aber knurren tat dieser Hund nie. Sie hat leider verpeilt, durch den Spion zu schauen von der Tür, weil sie einfach, wie gesagt, nicht dran gedacht hat und sie machte die Tür auf und entstand der Typ vor der Tür, der sie immer so komisch anguckte. Sie weiß nur noch, dass sie sich gefragt hat, warum er immer noch diesen komischen Mantel trug und das in einer wärmeren Jahreszeit, weil diesen Mantel hatte er jedes Mal angehabt, wo sie ihn gesehen hat. Und das Nächste, was sie ab diesem Punkt weiß, ist, dass sie am Küchentisch saß und es war extrem heiß in der Wohnung gewesen, da das Thermostat auf einmal auf 90 Grad eingestellt war. Warum, weiß ich nicht. Das Baby lag im Bett, wurde nicht gefüttert, gewickelt oder sonst was und der Hund lag winselnd auf dem Boden. Und es war wirklich absolut komisch, aber dem Hund und dem Baby ging es gut. Der Hund hat zwar gewinselt, aber der hatte keine Verletzung oder sowas gehabt. Aber was noch das Seltsamste war, es war Blut im Hausflug gewesen vor der Tür. Sie kann sich vorstellen, dass ihr Hund den Mann gebissen hat und sich deswegen auch anders verhielt als sonst. Aber sie kann sich eben nicht daran erinnern, falls was passiert ist. Es wurde noch in den Kommentaren von diesem Post geschrieben, dass die originale Posterin des Artikels wohl auch nicht mehr wusste, dass sie Sex mit ihrem Freund hatte und all solche Sachen auf einmal. Und dass es irgendetwas Neurologisches sein könnte und dass sie mal zum Arzt sollte. Was immer noch nicht das Blut im Hausflug erklären würde und wer dieser Kerl ist. Falls dieser Kerl wirklich existiert. Weil das Blut schien anscheinend real zu sein. Aber falls ihr irgendeinen Plan habt oder eine Richtung, wohin es gehen könnte mit dieser Story, lasst es mich gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. In einem archivierten Post wurde die Frage gestellt, was ist die schlimmste, selbst verpasste, sexuelle Verletzung, die man gesehen hat. Und Later Day Dude antwortete mit, es ist zwar keine sexuelle Verletzung, aber jetzt kommt eine kleine Story. Als die Person, die den Kommentar schrieb, in der Medizinschule war, hatte sie dort Geburtshilfestunden und viele andere Sachen. Und eine Frau wurde zu einer Gynäkologin überwiesen, weil sie unten nicht gut gerochen hat. Er hat die Überweisung nicht wirklich verstanden, bis er das Zimmer betreten hat, wo die Frau war, denn sie roch extrem nach Nekrose. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt. Das heißt im Prinzip das Absterben von Zellen in einem lebenden Körper. Es war so schlimm der Geruch, dass einige den Raum verlassen mussten und die Personen, die sie zum Krankenhaus gebracht haben, mussten während der Autofahrt die Fenster komplett runterrollen, sonst hätten die nicht weiterfahren können. So schlimm war der Geruch. Was man nach Untersuchungen herausfand, war, dass sie erstens magersüchtig ist und zweitens, dass sie essen, was sie essen sollte, weil sie magersüchtig ist, nicht essen wollte und ja, sich unten reingepackt hat. Sie meinte, sie hat das nicht gemacht, nur wäre es dem Arzt neu, dass Kartoffeln in einer Frau wachsen. Nur nicht nur das, sondern auch verrottetes Fleisch war unten drin gewesen. Sie hatte dadurch auch eine schlimme Infektion, die man durch Antibiotikum behandeln musste. Also wirklich ekelhaft und eine Erfahrung, worüber er nicht froh ist, die gemacht zu haben. In einem mittlerweile gelöschten Post, wo ich ein wenig rumschauen musste, um den Repost zu finden, geht es um eine Frau, die die Wohnung sauber machte und sie fand im Schrank, im Kleiderschrank ihres Mannes, ein Notebook. Weil sie das nicht kannte und es so komisch im Schrank lag, schaute sie ganz kurz rein, um zu gucken, was es denn ist und warum es auf dem Boden im Schrank liegt. Und es macht ihr ihr auf jeden Fall Angst, sage ich mal. Denn es sieht nach Listen aus von Frauen, die ihr Mann kennt. Da standen Namen von Frauen drin, die bei ihm gearbeitet haben, Freunde von denen, Familienmitglieder und von allen möglichen anderen weiblichen Personen. Und es standen Daten mit bei und was sie anhatten an dem Tag, an dem er sie gesehen hat. Da standen auch Sachen drin, wie, dass er eine unbekannte Frau begegnet ist, mit der er zum Beispiel nicht mal ein Wort gewechselt hat. Dann stand drin Unbekannte Frau 3 zum Beispiel und zu manchen gab es sogar detailliertere Infos oder Beschreibungen, wie Make-up, Statur oder sonst was. Also wirklich, wirklich creepy. Was sie trotzdem komisch fand, er flirtete mit keiner Frau jemals, während die zusammen waren. Und er wirkt auch nicht so, als ob er generell Interesse an irgendeiner anderen Frau hätte, als an ihr. Was sie eben umso seltsamer findet. Und es gab es auch nichts in diese Richtung, was darauf schließen hätte lassen können, dass er sie betrügen wollen würde. Und er führte das Buch auch erst, laut den Daten im Buch, seit ein paar Monaten und nicht Jahren oder sowas. Und sie weiß nicht, was sie machen soll. Leider weiß ich auch nichts weiteres dazu, aber es ist wirklich einfach nur seltsam. Entweder hat er wirklich nur einen kleinen Knacks und schreibt sich irgendwie alles mögliche an Daten auf von weiblichen Geschöpfen, die er sieht. Oder der hat wirklich irgendetwas ganz, ganz komisches vor. Hier geht es eigentlich nur um einen Post von Riri Drum irgendwas. Und zwar schrieb er, dass er 64 Jahre alt sei, er war nie verheiratet, lebt in einem sehr kleinen Zimmer und er kann mit nichts in seinem Leben irgendwie Freude finden. Außer seine Kunst. und postete diese auch auf Reddit, zumindest ein Foto. Nämlich das, was ihr gerade sehen könnt. Auch wenn es nach seiner Aussage weit weg von gut ist, wollte er es mit jemandem teilen, und zwar Reddit. Man konnte recht schnell sehen, dass sein Reddit-Name nicht Riri Drum heißen sollte, denn wenn man den ganzen Namen rückwärts liest, heißt er Homicidal Mirror. Aber viel weiß man hier nicht drüber, außer, dass er wohl nicht so alt sein soll, wie er behauptete, sondern ein College-Student gewesen sein soll. Nur weiß ich nicht, warum das so weit unten ist, hier in dieser ganzen Liste. Da ich hier so nichts weiteres finden konnte. Wenn ihr was wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, spätestens hier wird es wieder total, total fragwürdig. Ein Kerl, der sich I Love Roach nennt, hat seitdem er ein Teenie ist, Fantasien davon, mit einer riesen Kakerlake zu schlafen. Ja, es fing in der 9. oder 10. Klasse an und ab dem Zeitpunkt stellte er sich eben gewisse Sachen mit einer Kakerlake vor. Unter anderem, wie es denn so wäre, wenn eine Frau sich in eine Kakerlake verwandeln würde. Und all so ein Stuff. Er hat sich sogar mit der Zeit eine Art imaginäre Kakerlaken-Freundin erstellt, namens Okta. Und hat er sich selbst angefasst, hat er sich eben auch Okta vorgestellt. Ja, als Kakerlake. Und wo er anfing, wirklich Spaß mit einer Frau zu haben, konnte er nicht wirklich performen. Und er musste sich Okta vorstellen, seine imaginäre Kakerlaken-Freundin. Und er will sich diese auch vorstellen. Er hat gar keinen Bock, sich die Frau irgendwie genauer anzuschauen, mit der er gerade was hat. Er will sich wirklich nur diese Kakerlake vor Augen halten. Er gab noch ziemlich detaillierte Beschreibung, aber die muss ich leider rauslassen. Beziehungsweise er zum Glück. Ich sag mal, er ist mit seiner Freundin mittlerweile seit knapp einem Jahr zusammen und hat ihr nun erklärt, was in seinem Kopf so abgeht, diese ganzen Kakerlaken-Sache. Und er war recht erstaunt über ihre Reaktion. Denn sie scheint das nicht so aufgenommen zu haben, wie er es gehofft hat oder gedacht hätte. Er dachte, sie findet es vielleicht etwas komisch, aber wird mit der Zeit warm damit. Und das war natürlich nicht der Fall. Sie war total angewidert, ist sauer geworden und ist abgehauen. Er hat zwar Angst, dass sie jetzt Schluss machen wird, aber noch größer ist die Sorge, dass Okta, seine imaginäre Kakerlaken-Freundin, traurig sein könnte wegen der ganzen Sache. Also, es gibt wirklich die komischsten Menschen da draußen, da? Die Story ist wirklich ziemlich krass. Es wurde eine Frage auf Reddit gestellt und zwar, was ist die gruseligste Story, die du parat hast, die auch wahr ist? Es schrieb jemand, dessen Namen ich leider nicht genau weiß, aber es soll wohl R.W. Bingham sein, wir nennen ihn einfach mal Bingham. Und er schrieb, es war Richtung Halloween, wo er und seine Freundin sich Geister-Stories und sowas erzählten und eine Freundin, die bei war, wollte eine Story von ihren Eltern erzählen, worüber sie eigentlich nicht gerne redet, da diese auch wirklich krass und wahr ist. Und nachdem das Mädel erwähnt hat, dass er eine Story parat hat, hat die Gruppe darauf gepocht und wollte unbedingt diese Story hören. Also, erzählte sie diese Story auch. Denn es geht in der Story um ihre Eltern, denn diese hatten zwar ein schönes, aber auch unangenehmes erstes Date gehabt. Bevor sie sich verabschiedet hätten, meinte der Vater des Mädels, hey, wir könnten ja noch den Provo Canyon hinaufwandern. Das taten sie auch. Der Mann bekam, während sie herumliefen, ein ganz komisches und schlechtes Gefühl. Es war halt ziemlich dunkel, sehr leise, also eine relativ gruselige Stimmung, aber er ignorierte sein Gefühl. Die Frau hatte dasselbe Gefühl, ignorierte es aber auch. Er bekam das Gefühl wieder, aber ignorierte es wieder. Sie liefen zwischen den Bäumen lang und sein Fuß berührte etwas Weicheres unter einem Baum. Und das schlimme Gefühl war wieder da, nur stärker als die ganze Male davor. Er und die Frau stimmten ein, dass sie die Biege machen, ohne zu checken, was sein Fuß berührte. Jahre später, nachdem sie schon eine Weile verheiratet waren, haben sie ein Interview mit einem Serienkiller geschaut, und zwar Ted Bundy. Er wurde gefragt, und da kriege ich gerade eine leichte Gänsehaut, um ehrlich zu sein, wann der Punkt in seinem Leben war, wo er mal fast erwischt wurde. Und er meinte, damals beim Provocanion, wo die Eltern des Mädels damals waren. Er meinte, er hat ein Mädchen dahin gelockt und sie eben gekillt. Und dann kamen zwei Personen, ein Mann und eine Frau. Ted versteckte sich im Busch und der Mann lief genau gegen den leblosen Körper, drehte mit der Frau wieder um und ging. Und das waren die Eltern des Mädels gewesen. Dass Jahre später zu sehen, dass du zwei oder drei Meter neben Ted Bundy standest und einem leblosen Körper von einer Frau muss absolut krass sein. In einem Abteil von Reddit, wo es darum ging, dass etwas, was für viele nicht wirklich normal ist, dort gepostet wird von Leuten, die es normal finden, was andere eben nicht so sehen. Und Leto, so wie er sich nennt, wollte seine Story teilen. Und zwar ist er mittlerweile 28 und ist in einer Beziehung für mittlerweile zwei Jahren und sie weiß auch schon das, was er gleich erzählen wird. Von dem Punkt an, wo er 14 war, bis ein paar Jahre danach, hatte er eine sexuelle Beziehung mit seiner Schwester, die ein Jahr jünger als er war. Und er hatte zwei Schwestern. Eine war seine normale Schwester und eine seine Zwillingsschwester. Und er hatte auch mit der Zwillingsschwester was, also mit beiden. Zwar mehr mit der normalen Schwester und nicht mit der Zwillingsschwester, aber es lief trotzdem mit beiden was. Wie er noch betonte, ist das alles natürlich seit mehreren Jahren komplett vorbei und nicht mehr der Fall gewesen. Mit keinem der beiden. Und da er so anonym wie möglich bleiben will, kann er natürlich nicht viel mehr dazu sagen und irgendwie Sachen ausplabbern, weil sonst seine Identität eventuell aufgedeckt werden könnte. Viele User stellten aber noch einige Fragen unter seinem Post, die er auch beantwortete. Aber die sind nicht allzu interessant und vieles davon dürfte ich auch nicht mit reinnehmen. Danach könnt ihr auch gerne googeln, das ist nichts, was euch irgendwie komplett verstört. Aber einige haben auf jeden Fall guten Humor in den Kommentaren. Flex & Flair verfasste vor über sieben Jahren einen Post, wo sie schrieb, dass sie und ihr Mann in einem kleinen Haus leben und sie haben einen Hund. Wenn beides so viel zu tun haben und keine Zeit haben, mit dem Hund Gassi zu gehen, binden sie ihn mit einer sehr langen Leine an der Ecke des Hauses an ein Rohr, damit er dort seine Sachen erledigen kann. Nur wurden an dieser Stelle durch eine hohe Stufe seine Hüften zu sehr beansprucht, weswegen sie es dann von der Veranda aus gemacht haben. Da haben sie ihn dort angebunden und ihm dort seinen ich sag mal Freiraum gegeben. Weil es von dort aus für den Hund einfach viel einfacher war, wieder da reinzukommen und er so seine Hüften schonen konnte. Und eines Nachts war sie alleine zu Hause, da ihr Mann arbeiten war und bevor sie zu Bett gehen wollte, ließ sie den Hund nochmal raus. Mit der Leine angebunden, so wie sonst auch. Sie machte in der Zeit zum Beispiel noch den Abwasch, bis der Hund fertig war. So eine Routine-Sachen eben. Auf jeden Fall, wenn der Hund keine Lust mehr hatte draußen zu bleiben oder fertig mit dem war, was er machen wollte, kratzte er immer leicht an der Tür, damit sie wusste, okay, er will wieder rein. Das hat sich mittlerweile schon so angewöhnt gehabt. Nur hat die Frau einige Horrorfilme zu der Zeit geguckt und hat zum Glück durch die Spion geguckt. Denn es kratzte an ihrer Tür. Nur war das nicht ihr Hund, sondern da stand ein Typ, der genau auf die Türklinke schaute und nur wartete, bis sie die Tür aufmacht. Und sie hörte noch einen Krassen von dem Mann, während sie durch den Spion schaute. Er hat wirklich versucht, die Frau rauszulocken. Mit den Geräuschen, als ob er der Hund wäre. Sie hatte erstmal Schiss und war erfroren, was erstmal klar ist. Bis sie wieder zu sich kam, hat sie ihren Mann dann angerufen gehabt, damit dieser ganz schnell nach Hause kommt. Und die Frau realisierte, dass ihr Hund noch draußen ist. Sie guckte wieder durch den Spion und er guckte auch durch den Spion und lächelte sie nur an. Als ob er wüsste, dass sie durchgucken würde. Und er grinste sie die ganze Zeit nur an. Und das für mehrere Sekunden, bis er umdrehte und einfach ging. Weil sie Angst hatte, dass wenn sie die Tür öffnet, er zurückgerannt kommt. Hat sie gewartet, bis ihr Mann da war, was nur ein paar Minuten gedauert hat. Und sie ruften dann auch die Polizei. Und sie suchten ihren Hund. Und wo ich die Story gelesen habe, dachte ich mir erst mal, bitte lass dem Hund nichts passiert sein. Und das war zum Glück auch nicht der Fall gewesen. Der Mann hat die Leine des Hundes durchgeschnitten gehabt und der Hund hat sich seinen Weg einfach zu den Nachbarn durchgebuddelt. Und der Hund war auf einmal im Nachbarsgarten gewesen und hat es sich dort, ich sag mal, gemütlich gemacht. Also dem Hund ist nichts passiert. Es ist mittlerweile drei Jahre her, schrieb sie noch im Post. Also mittlerweile, wenn ich die Postdauer noch zurückrechne, zehn Jahre her mittlerweile, wo das Ganze passierte. Und sie wohnt auch mittlerweile ganz woanders. Die Polizei fand auch leider nie was dazu heraus. Könnte einfach nur ein Typ sein, der ihr Angst machen wollte oder jemand, der wirklich etwas ziemlich Schlimmes vorhatte. Nur eine Sache finde ich hieran ziemlich komisch. Die Person muss die Routine der Frau gekannt haben mit dem Hund. Weil woher sollte die Person sonst wissen, dass der Hund jedes Mal an die Tür kratzen würde? Man kann es sich zwar denken, aber trotzdem ist das ein ziemlich krasses Ding. Cumuletti postete vor acht Jahren, dass er ganz normal nach Hause kam und das hier in seiner Einfahrt fand. Und er will es nicht anfassen oder aufmachen. Er gab einige Updates in den Kommentaren, die ich erstmal suchen musste, weil sie nicht oben zu finden waren. Wie sonst? Er machte dann doch den Sarg auf und fand einen Schlüssel, wo German draufsteht und ein Zettel mit Koordinaten. Ich habe diese Koordinaten bei Google eingegeben, da ich nichts bei Reddit darüber lesen konnte. Stammt bestimmt irgendwo, nur ich konnte es einfach nicht finden. Und zwar führen diese Koordinaten neben den Militärfriedhof in Sandweiler, Luxemburg. Ich wage zwar zu bezweifeln, dass die Story wahr ist, aber wenn sie es wäre, wäre das krass. Nur gibt es hier nicht wirklich weitere Infos darüber und die meisten User gehen auch davon aus, dass es einfach nur Fake ist. Es wurde von Oh Gosh, Red to Beginn gefragt, was ein Geheimnis, was sein Leben zerstören könnte, wenn es rauskommen würde. Und AMG Poo schrieb, dass er aus Versehen sieben Menschen umbrachte. Und zwar hatte er einen Lappen in einen Warmwasserbereiter oder Boiler gesteckt, damit es den Schmutz eben fernhält. Und er installierte diesen Boiler auch in dem Haus, wo mehrere Wohnungen waren. Eine Woche später bekam er einen Anruf, dass es einen Unfall gab in diesem Haus. Er kam an und überall war Polizei und andere Fachkräfte. Sie fragten ihn, wo man das Gas ausschaltete, weil er eben alles über das Haus wusste, weil er doch gearbeitet hat. Er machte schnell das Gas aus und sah den Lappen aus dem Boiler hängen. Nahm diesen Lappen ganz schnell und steckte ihn weg, damit man ihn nicht verdächtigen würde. Er ging hoch ins Haus, nur um dann gesagt zu bekommen, dass alle Mieter, die zu diesem Zeitpunkt in dem Haus waren, verstorben seien durch den Unfall mit diesem Boiler. Und seitdem trinkt er jeden Tag Alkohol und kommt nicht damit klar. Auch wenn es natürlich keine Absicht von ihm gewesen ist, irgendjemandem damit zu schaden und nur seinen Job gemacht hat, ist er leider dafür verantwortlich. Kimi schrieb davon, dass sie im Februar von mittlerweile zehn Jahren in ein kleines Apartment zog und die Vermieterin hieß Olivia. Sie war eine liebe alte Dame, die vor allem zu ihr sehr nett war. Und sie gab ihr auch die Wohnung, weil sie sie unter anderem an ihre Tochter erinnerte. Alle paar Wochen hatte sie auch einen Tick, also Olivia, die Vermieterin, und klopfte an die Tür von Kim, um damit zu sagen, dass sie es gehen würde. Und viele würden das irgendwie komisch finden, aber es ist erstens eine alte liebe Dame und zweitens hat Kim es gern gehabt. So wusste sie Bescheid, dass sie jetzt gehen würde. Kim, die den Post schrieb, arbeitet von zu Hause und ist ein Mensch, der keinen Menschenkontakt mag. Aber die Frau, die Vermieterin Olivia, war eine Ausnahme, da Kim nicht mal mit ihren Nachbarn reden will und diese meidet. Knapp zwei Monate später, im April, merkte sie, dass irgendwas nicht stimmt, Sachen bewegten sich oder verschwanden auf einmal. Nur kann sie sich das auch einbilden, da sie gewisse Medikamente gegen ihre Angstzustände benutzt. Aber die Medikamente hatten auch Effekte wie Benommenheit und so weiter mit sich getragen. Aber da sie es gehasst hat, zum Arzt zu gehen, dihrte sie damit und das Leben ging weiter. Daher schlief sie immer mal wieder am Tag ein und versuchte so darüber hinwegzusehen. Bis sich ein Vorfall zutrug, was ihre Paranoia verschlimmerte. Olivia brachte ihr Essen wie sehr oft und sie aß mit einem Freund dieses Essen. Sie schauten Netflix und in einer Folge der Serie Portlandia schlief sie ein und wachte wenige Stunden später wieder auf. Und das Ding war, sie schläft immer, schon immer, nur auf einer Seite ihres Bettes. Das heißt, die eine ist dann immer verwuschelt und die andere ist allglack geleckt. Nur war diese andere Seite auch verwuschelt gewesen, was noch nie bis jetzt der Fall gewesen ist. Und die Seite, wo sie nicht lag, die verwuschelt war, war auch warm gewesen, als ob da jemand gelegen hat. Der erste Gedanke, den sie hatte oder den man generell hätte, war, dass man da irgendwie sich hin und her gerollt hat und man da gelegen hat. Nur sie wusste, dass das nicht stimmen würde. Auch wenn man nicht weiß, was man im Schlaf macht, wusste sie, dass das noch nie der Fall gewesen ist. Aber nichts anderes war zu diesem Zeitpunkt irgendwie komisch gewesen, bis auf das mit dem Bett. Einige Wochen vergingen, wo nichts passierte, aber sie wollte sich dieses ganze Thema trotzdem von der Seele sprechen, aber sie ist ein Mensch, der sich erst an Personen wendet, wenn es wirklich von Nöten ist und um Leben oder Tod geht. Also behielt sie es doch erstmal noch für sich und lebte normal weiter. Und so wie sie es sagte, hatte sie auch nicht direkt Angst gehabt, sondern war eher total nervös gewesen, wegen der ganzen Sache. Und das alles trug sich nur im April zu, in diesem Monat. Dann kam der Mai und es wurde alles noch seltsamer und schlimmer. Ihre Unterwäsche, Zahnbürste und sogar ihr Essen waren an anderen Orten wie sonst gewesen. Wenn sie aufwachte, war immer irgendetwas ganz komisch und anders gewesen. Man könnte jetzt noch denken, dass es irgendetwas mit ihren Medikamenten zu tun hat, aber es war ihr einfach zu seltsam gewesen. Sie rief ihre Mutter an und bat sie, einige Tage zu bleiben. Am Wochenende kam dann ihr Vater in ihre Wohnung und sah, dass ihre ganzen Wände vollgekritzelt waren mit Baby, Please und Come Back. Er rannte aus der Wohnung und rief die Polizei, irgendjemand muss Zugang zu ihrem Apartment gehabt haben, außer ihr und der Vermieterin Olivia, weil es nicht danach aussah, dass es Olivia war. Und wie es sich herausstellte, war es auch nicht Olivia, sondern ihr Sohn Henry. Er hatte anscheinend Interesse an Kim und wollte mit ihr eine Beziehung führen. Die Polizei zeigte ihr auch das Band, wo er zugab, dass er es war. Er sagte aber auch Sachen, die gelogen waren, wie dass er die Erlaubnis hatte, in ihre Wohnung zu kommen und das zu tun und dass sie sich beide lieben. Nur hat sie ihn noch nie zuvor gesehen gehabt. Also war das einfach nur eine Lüge. Also der hatte einen totalen Knall und war besessen von einer jungen Dame gewesen. Und was er auch zugab, ist absolut krank. Er packte gewisse Substanzen, sage ich mal, ins Essen, was Olivia Kim immer brachte, wovon Olivia nichts wusste, damit Kim einschlafen würde durch diese Substanzen, damit er sie beim Schlafen beobachten könnte und ihre Haare streicheln könnte. Solche Sachen. Also wirklich wie in einem Stalker-Film. Also wirklich absolut krank. Und das Krasseste hierbei ist einfach, sie wusste halt nicht mal, dass er existiert und er stalkte sie einfach. Also, gerade an die Mädels, passt wirklich auf. Ein User namens Fujitagi Ken 001 verfasste gefühlt hunderte Kommentare mit einem und demselben Satz und zwar, dass er von riesigen Menschenrechtsproblemen steht in Thailand und Fujitagi Ken ist ein Maschinenhersteller aus Thailand und dann bittet er noch um Hilfe. Und wie gesagt, er verfasst nur diesen einen Kommentar immer und immer wieder bis auf ein einziges Mal, wo er das hier postete. Und wenn du das in den Google-Übersetzer packst, kommt raus, ich werde in Thailand von der Macht belästigt. Es ist kein Geheimnis, dass es in Ländern wie Thailand und so weiter nicht unbedingt die besten Umstände sind, ob es um Menschenrechte geht oder sonst was. Nur weiß man hier leider nicht genau, was da los ist. Diese Person hat ihren letzten Post vor sechs Jahren gemacht und da kam auch nie wieder was. Es wurde gefragt, was die gruseligsten Fälle waren, an denen ein Detektiv zum Beispiel gearbeitet hat und es antwortete Luthus. Denn er ist ein Detektiv, aber er erzählt die Story aus seiner Zeit, als er noch ein neuer Polizist war. Er arbeitete mitternachts in einer Gegend, wo die Rate der Verbrechen und Kriminalität ziemlich hoch sind im Verhältnis und sie wurden zu einer Bar gesendet, die sie Star Wars Cantina nannten, weil da immer irgendwas krasses passierte, wenn sie da waren. Er hatte an diesem Tag eine Partnerin gehabt, die sind in die Bar und machten sich ihren Weg frei, um durchzukommen und sind auf dem Weg zur Frauentoilette. Nur ist die Tür dort verschlossen. Im Männerbadestimmer zum Beispiel war niemand gewesen und sie klopften nun an der Tür der Frauentoilette. Eine Frau war drin gewesen und meinte, sie ist in der Minute da. Nach mehreren Minuten tat sich einfach gar nichts und die Polizisten wurden ungeduldig und sie klopften wieder an die Tür. Nur diesmal kam sie auch direkt raus. Aber wollte nicht sagen, warum sie so lange auf dem Klo war. Sie hatte so eine Yoga-Hose an oder Leggings, sowas in der Art. Und da war eine recht große Wölbung drin gewesen. Und da sie kein Kerl war, hat man sich eben gewundert, was diese Wölbung ist. Und dann dachten die Polizisten, entweder sind es irgendwelche gewisse Substanzen, die sie rausschmuggeln will oder es ist eine Waffe. Sie fragten die Frau auch, was das nun sei, diese Wölbung. Sie wollte aber nicht antworten. Die Partnerin des Typen, der den Post verfasste, durchsuchte diese Frau erstmal nach einer Waffe und so weiter. Und nachdem sie zu der Wölbung kam, war sie nicht nur erschrocken, das ist eigentlich untertrieben, aber ich sag einfach mal erschrocken, denn sie sah einen Babyarm, der aus ihr hinausragte. Die Frau nahm den ganzen Tag verschiedenste Substanzen zu sich und Alkohol und das Baby, was noch in ihr war, war eine Todgeburt gewesen. Und trotz allem trank sie einfach in der Bar weiter und nahm weitere Substanzen zu sich. Nachdem der Notarzt kam, gingen die zusammen ins Badezimmer und holten das ganze Baby raus. Und er fügte noch hinzu, dass er in seiner Zeit schon wirklich viel gesehen hat. Wirklich fast alles, was man sich vorstellen kann. Aber das, was ihm am meisten hängen geblieben ist, ist auf jeden Fall diese Story. Eine Story, die von Someone You Don't Know gepostet wurde, ist anders und wirklich abartig. Eine ehemalige Freundin von ihnen nahm an einer Bootparty teil. Ich habe, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung, was eine Bootparty ist. Aber wenn ich schätzen müsste, wenn ich das aus der Story herauslese, denke ich, dass es sowas ist, wie Leute, die sich versammeln, um jemanden tot zu stampfen. Denn die Freundin war mit einer gewissen Gruppe unterwegs und diese trampelten einen Obdachlosen-Tot beziehungsweise stampften ihn tot. Sie rief ihn den nächsten Morgen besoffen an, weil ein Stück vom Schädeknochen des Mannes in ihrem Schuh steckte. Er hat nie wieder mit ihr geredet und die Gruppierung, wo sie sich drin befand, scheint wohl stark oder mächtig zu sein. Und ist mehr wie eine Art Gang. Aber er ist einfach nur froh, dass er nie bei sowas mitmachte oder dabei war. Ja, hier muss ich wirklich einiges umschreiben. Sorry, aber falls ich das nicht tue, würdet ihr das Video hier nicht mal sehen können und ich würde Probleme kriegen. Also, Two Maggot postete in einem Abteil, wo es darum ging, Sachen zuzugeben, die man getan hat. Er meinte, er ist ein kaputtes Individuum. Seit 10 Jahren hobelt er sich zum Beispiel mindestens viermal die Palme. Seine Beziehungen hielten auch nie lang, aber diesmal ging er einen Schritt in eine andere Richtung. Ja, im Internet stolperte er über gewissen Content, wo Leute im Sexuellen mit Würmern, Maden und anderen Insekten herumspielten. Am Anfang war er extrem angewidert gewesen, aber nach einer Zeit erweckte das Interesse in ihm. Also hatte er nach einer Zeit seine erste, wie er es nennt, Session mit Maden gehabt. Und er hat die Dinger auf seinem Gemächt draufgepackt und die haben sich ihren Weg hineingesucht, wie er es beschrieb. Wie er es genau beschrieben hat, lasse ich aus. Er hatte auf jeden Fall keine Konsequenzen wie Schmerzen oder sowas davon getragen. Daher dachte er sich, hey, Leben geht weiter, tolle Erfahrung. Dann, Anfang 2016, einige Zeit später, fand er heraus, dass sein Nachbar im Garten einen großen Komposthaufen hat mit Würmern, Maden und anderen Insekten drin. Und er dachte sich, ergreift sich einige der Maden und begann seine zweite Session. Und das ging so für eine Woche immer mal wieder. Und er holte sich immer wieder neue Viecher und hatte damit eben Spaß gehabt. Dann gibt es wieder einen kleinen Sprung von mehreren Wochen. Wie viele genau, weiß ich leider nicht. Da gab er leider nichts an. Es war auf jeden Fall dasselbe Jahr gewesen. Bei jedem Haus stehen da irgendwo Mülltonnen und somit auch Essen und somit auch Maden. Er griff sich vier aus dem Müll, ging zur Arbeit, nur hatte er nicht drauf warten können und hatte schon nach wenigen Sekunden später wieder mit diesen Viechern Spaß gehabt. Um genau zu sein mit zwei von vier. Er hat sogar beschrieben, dass er sie an gewissen Stellen in sich fühlen konnte. Dass sie woanders raus wollten, die Maden. Er wirkte also die Anaconda und eine Made kam raus. Nur die andere ist in die Blase gelangt. Er bekam Panik und versuchte einiges, wirklich einiges, ich sag nicht was genau, die Made in sich zu beseitigen. Sagen wir es so. Ein Tag, könnten auch zwei gewesen sein, wie er meinte, vergingen und sein Urin verfärbte sich und roch komisch. Er ging zur Apotheke und nahm die verschiedensten Medikamente, nur kam die Made immer noch nicht raus. Obwohl schon viele Tage vergangen sind. Daher denkt er, dass das Ding in ihm gestorben ist, nur hat er jetzt eine entzündete Blase, Niere, und noch viele andere Sachen sind entzündet. Er hat extreme Schmerzen und es sieht ziemlich schlecht aus. Andere User meinten, er solle einfach mal schnell in die Notaufnahme gehen und einfach eine Ausrede erfinden. Nur meinte er, dass die Ärzte ja wohl nicht dumm sind und herauskriegen würden, was er getan hat. Und dann meinten die in den Kommentaren nur noch, dann bist du selber schuld, wenn du daran draufgehen würdest. Und da kann ich nur zustimmen. Wenn du schon sowas Dummes machst und nicht mal in die Notaufnahme gehst, dann kann man leider nur sagen, selber schuld. Hier ist es wirklich der traurigste Fall, finde ich, auf dieser ganzen Reddit-Liste, aber dieser ist auch ziemlich verstörend. Daher hier eine kleine Trigger-Warnung. Googelt auf gar keinen Fall nach dem originalen Post, weil ich muss hier auch einiges umschreiben. Wie vorhin schon bei dem Thema mit dem Boiler wurde dieser Kommentar dort gepostet, wo es darum ging, wenn dieses spezifische Thema rauskommen würde, dass es sein Leben zerstören würde. Denn er schrieb davon, dass er circa 10 oder 11 Jahre alt war und er und eine Tochter eines Dienstmädchens, die war 13 oder 14 gewesen, haben sich ineinander verguckt gehabt. Nur erstens war vor allem er noch viel zu jung dafür gewesen, eine Beziehung einzugehen und die Mutter verbat es ihm auch, eine Freundin zu haben, die die Tochter einer Angestellten der Familie ist. Das hielt die beiden aber nicht davon ab, ihre kleinen Erfahrungen zu machen miteinander. Nichts Wildes, aber sie haben sich herangetastet. Aber nichts, was in diesem Moment irgendwie für Aufsehen sorgen würde, bis auf der Fakt, dass er noch ziemlich jung war. Sie hatten einige Schäferhunde im Hintergarten gehabt, mit denen er immer spielte und sah ihnen bei den verschiedensten Sachen zu. Unter anderem auch, wenn sie sich selber unten leckten und sowas eben. Und dann bekam er eine wirklich abartige Idee und zwar, dass die Tochter des Dienstmädchens sich ja von einem der größeren Schäferhunde von der Familie beglücken lassen könnte. Das Mädchen war dabei gewesen und bejahte es. Sie warteten ein paar Tage, bis niemand zu Hause war, damit sie das eben machen konnten. Sie war auf allen Vieren gewesen und der Hund roch erstmal an ihr. Auf einmal rannte das Mädchen weg und der Hund rannte hinterher, sprang auf ihren Rücken. Sie landete wieder auf allen Vieren und dann hatten sie doch Intimes gehabt. Sie und der Hund. Ob sie es nun doch wollte und eingewilligt hat oder nicht, steht nicht da. Ich gehe aber eher von nicht aus, da der Text, den der Typ geschrieben hat, ganz komisch formuliert ist. Nur wenige Wochen später nach diesem Ereignis nahm die Tochter des Dienstmädchens sich das Leben und der Typ, der den Kommentar verfasste, weiß nicht, ob es wegen dieser Sache mit dem Hund war. Er geht nur ziemlich stark davon aus, was ich auch denke, weil das ziemlich naheliegend ist. Und ich finde die Story extrem traurig und irgendwie, weiß nicht, nimmt die einen finde ich irgendwie mit. Auch wenn man auf den ersten Blick denkt, hey, das ist wohl abartig und was sonst noch, sind es Kinder, die einfach nur Dummes machen. Vor allem das Mädchen. Und Kinder oder generell Menschen bejahen oft Sachen, weil sie nicht Nein sagen können, obwohl sie wissen, dass es falsch oder dumm ist. Und gerade Kinder wissen oft nicht, was richtig und falsch ist. Und da sie wahrscheinlich in den Jungen verschossen war, dachte sie sich, hey, um ihnen einen Gefallen zu tun, mache ich das und musste dann durch so eine Scheiße gehen. Aber wie gesagt, so wie der Text formuliert war, kann ich nicht draus 100% lesen, wie es nun exakt dort abgelaufen ist. Nur der Fakt, dass sie leider nicht mehr lebt, ist halt eben der Fall. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr über Reddit oder irgendwie solche ähnlichen Sachen haben wollt, lasst es mich gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. Und wenn euch das Video genauso gefallen hat wie das letzte, lasst gerne ein Like da, einen Sub und einen Comment, um mich weiterhin zu unterstützen. Und folgt mir auch gerne auf Instagram. Ich poste da immer was in die Story, wenn ein neues Video online kommt. Und ansonsten, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.